Wir werden hier nun eine exponentielle Regression mithilfe des TI-Enspire-CX-CAS durchführen. Beachten Sie dazu bitte rechts drüben das kleine Beispiel. Der Zusammenhang zwischen den Werbeausgaben in 1000 Euro eines Betriebs und den Verkaufszahlen in Mengeneinheiten wurde für die Jahre 2015 bis 2019 in der folgenden Tabelle festgehalten. In der linken Spalte der Tabelle sehen wir die Werbeausgaben in 1000 Euro, also 54, 61, 67, 70 und 72, 1000 Euro und rechts die Verkaufszahlen in Mengeneinheiten mit 25,2, 28,4, 36,5, 49,2 und 67,5. Drei Fragen dazu ermitteln Sie mithilfe in a einer exponentiellen Regression eine Funktion, die die Verkaufszahlen in Abhängigkeit von den Werbeausgaben beschreibt. Die Werbeausgaben sind also hier unsere unabhängige Variable. In b beurteilen Sie die Stärke des exponentiellen Zusammenhanges. Wir werden hier also den Korrelationskoeffizienten zurate ziehen. Und schließlich prognostizieren Sie, welche Verkaufszahlen bei Werbeausgaben von 100.000 Euro erzielt werden können. Wir werden 100 in die Regressionsfunktion einsetzen, die wir erhalten werden. 100 deswegen, weil die Werbeausgaben in der linken Spalte ja in 1000 Euro angegeben sind. Um nun diese exponentielle Regression durchzuführen, drücken Sie auf Ihrem Taschenrechner auf ON, also schalten Sie ihn ein oder drücken Sie ihn nochmal auf ON, wenn er schon eingeschaltet ist, damit wir hier im Startbildschirm das Feld Lists & Spreadsheets auswählen und anwählen können. Wenn Sie es auf Enter drücken oder auf die Mitte des Wishpads oben, dann erhalten Sie hier gleich eine Tabelle. In diese Tabelle werden wir nun die einzelnen Werte unserer Tabelle auf der rechten Seite eingeben. In die erste Spalte, also in die Spalte A, die Werbeausgaben mit 54, Enter 61, Enter 67, Enter 70, Enter 72. Und nochmal Enter. Und in die zweite Spalte werden wir hier die Verkaufszahlen in Mengeneinheiten eingeben. Also 25,2, 28,4, 36,5, 49,2 und schließlich 67,5. Wenn wir diese Listenspalten hier befüllt haben, können wir auf dem TI Inspire CXCRS über Menü hier unter Punkt 4 den Punkt Statistik sehen. Wenn wir das anwählen, öffnet sich ein Untermenü mit Statistische Berechnungen. Das ist genau das, was wir hier benötigen. Und hier öffnet sich dann gleich eine Reihe von Angeboten zu diversen Regressionen. Wir wollen ja die exponentielle Regression haben. Das heißt, ich werde mich hier hinunter bewegen zur exponentiellen Regression und Enter. So, der Rechner fragt uns, in welcher Spalte wir die Werte X, also die unabhängige Variable, eingetragen haben. Das war bei uns die Spalte A. Bitte drücken Sie also A und dann über Control und die Klammer auf-Taste, diese eckige Klammer, hinterm A, damit der Rechner diese Liste auch wirklich oder diesen Listennamen wirklich als Listennamen erkennt. Die Y-Liste, mit Tab kommen Sie hier weiter, die Y-Liste haben wir ja in B eingegeben. Das heißt, B, Control und Klammer. Die weiteren Aspekte interessieren uns hier nicht so sehr. Wichtig ist allerdings unten wieder die erste Ergebnisspalte. Das sollte die erste Spalte sein, die in unserem Display freigeblieben ist. Das war die Spalte C. Das heißt, die wählen wir hier auch aus. Weiter mit Tab, damit wir auf OK kommen und schließlich Enter. Und im nächsten Moment sehen wir hier bereits die Ergebnisse dieser Regression. Wir sehen, die Funktion hat allgemein die Form A mal B hoch X. Das A ergibt sich hier mit 1,4294, wenn man das auf die vierte Nachkommastelle rundet. Und das B ergibt sich mit 1,0522, ebenfalls gerundet auf die vierte Nachkommastelle. Zwei Zeilen weiter unten sehen wir auch noch das klein R mit 0,9251, also den Korrelationskoeffizienten. Gut, mit diesen Ergebnissen werde ich jetzt auf der rechten Seite ein Stück nach unten scrollen. Da habe ich diese Ergebnisse nämlich nochmals zusammengefasst. Wir können also in A die vollständige Regressionsfunktion angeben, die bei uns hier lautet, Y ist gleich A mal B hoch X, also 1,4294 mal 1,0522 hoch X. In B war die Stärke des exponentiellen Zusammenhanges zu beurteilen, aufgrund des Korrelationskoeffizienten 0,9251 können wir sagen, der liegt nahe bei 1, daher liegt ein starker exponentieller Zusammenhang vor. Und schließlich sollten wir noch für Werbeausgaben von 100.000 Euro prognostizieren, welche Verkaufszahl erzielt werden kann. Nun, wir setzen hier 100 ein, ich sage nochmal dazu, wir haben in der Tabelle ja gesehen, dass die Werbeausgaben in 1.000 Euro angeführt waren, also Y an der Stelle 100 und wir ersetzen jedes X in der Regressionsfunktion durch 100, also 1,4294 mal 1,0522 hoch 100. Das geben wir in den Taschenrechner ein, Y an der Stelle 100 liefert hier dann also 232,2. Wir können also antworten, bei Werbeausgaben von 100.000 Euro können etwa 232 Mengeneinheiten verkauft werden. Und das werden wir in den Taschenrechnern von 100.000 Euro geben. Untertitelung des ZDF, 2020